Das freut uns natürlich sehr, wenn es euch gefällt und wenn ihr Spaß habt und wenn ihr nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch einfach auf TVNOW, denn die Folge, die am Montag auf Vox läuft, ist nicht die identische Folge, die auch auf TVNOW läuft, die sind immer ein bisschen anders gespielt.